So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Vielleicht jetzt! Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein... Füllkrug! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet er. Das muss es sein! Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Schön dazwischen gegangen. Da ist das Tor. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Ach, da haben sie die Räume ganz, ganz eng. Jetzt vielleicht. Luis Suárez! Tor durch Luis Suárez. Was war das für ein Volley? Unglaublich! Oh 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 oh! Und als der Tor auf geht's! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Für das ist das, was sich für ein Freude mit der Flüge überlebtet. Hurribe. Bis zum nächsten Mal! Boah, du kommst dich! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020